Das wertvollste Intro, das du jemals hören wirst. Meine Heiligkeit grüßt deine Heiligkeit. Nimm die Gabe deines Vaters an. Sie ist ein Ruf von der Liebe zur Liebe, dass sie nur sie selbst sei. Der Heilige Geist ist seine Gabe, durch die des Himmels Stille dem geliebten Sohn Gottes zurückerstattet wird. Möchtest du dich denn weigern, die Funktion, Gott zu vervollständigen, zu übernehmen, wenn alles, was er will, ist, dass du vollständig bist? Und so können wir uns fragen, fühlst du dich jetzt vollständig? Oder scheint noch etwas zu fehlen? Wenn noch etwas fehlt, dann sind wir so programmiert, dass wir dieses Puzzleteil in der Welt suchen. Wir suchen es auf unseren Reisen, auf unseren Abenteuern in Beziehungen, auf unseren Abenteuern und Erlebnissen und Erfahrungen am Arbeitsplatz oder als Familienvater oder als Familienmutter. wir machen uns irgendwie auf und versuchen, dieses Puzzleteil zu finden. Durch den Kurs im Wundern erinnern wir uns, es dreht sich darum, innezuhalten, anzuhalten, einen Atemzuglang zurückzutreten und zu erkennen, ich bin vollständig. Rätselig dreht sich es nicht darum, das zu wissen, sondern zu erinnern. Wir wollen in der Erinnerung, dass wir vollständig sind, vollkommen erblühen. Wir wollen uns in der Gewissheit wiederfinden, dass wir vollständig sind. Sei vollständig. Und alles, was du tust, tue es aus der Vollständigkeit heraus. Alles, was du denkst, denke es aus der Vollständigkeit heraus und nicht aus dem Mangel. Mangel ist das Gegenteil von Vollständigkeit. Das Ego ist das Gegenteil von Liebe. Und jeder von uns kann das mit ein bisschen Übung aus der Vollständigkeit in diese Welt zu schauen. Aus der inneren Leere beziehungsweise inneren Stille. Und dennoch funktionierst du ganz wunderbar, was immer du tust. Ja, man kann sogar sagen, weitaus besser. Es ist doch offensichtlich, dass derjenige, der aus Angst heraus handelt, ständig neue, chaotische Situationen erschafft und hervorbringt und diese Projektionen dann auf die Welt beziehungsweise irgendeine Person richtet. Obwohl nur du, nur du, die einzige Ursache bist. Du bist die Ursache. Alles ist Geist. Schau dich um. Schau dich in deiner Wohnung, in deinem Haus. Egal, wo du jetzt gerade bist, vielleicht bist du mit der U-Bahn unterwegs oder mit dem Auto. Alles ist Geist. Geistiger Natur. Und deshalb ist alles eins. Und aus diesem geistigen Phänomen rufen wir Dinge hervor und zwar in jedem Augenblick eines Traumes werden Dinge hervorgerufen, die uns bestätigen, dass wir getrennt sind als eine Form von einer anderen Form. Und genau dieses gilt es aufzuheben. Vollständigkeit bedeutet, dass du anzuerkennen, dass du Geist bist. Als Körper bist du natürlich niemals vollständig. Der Körper hat immer dieses und jenes und hier und da und dann gibt es noch deine Persönlichkeit und all diese Dinge. Als der Geist, der du bist, als die Schöpfung Gottes, die du bist, bist du vollständig. und Gott ist Geist. Ist das nicht phänomenal? Du schaust dich um auf dem Sofa oder dort auf dem Stuhl, wo du jetzt sitzt oder wo auch immer. du sitzt auf einem geistigen Phänomen und du hast die Macht, dieses geistige Phänomen zu kreieren. Und es zeigt sich als Ausdruck einer energetischen Signatur. Ein Stuhl ist eine energetische Signatur, geboren aus dem Schöpfergeist, der du bist. Genauso wie das Auto, genauso wie der Tisch und die Teetasse. Und genauso wie ein Problem oder eine Krankheit oder irgendein Konflikt auf dieser Welt. Alles ist geistiger Natur und wird hervorgerufen durch deine energetische Signatur, an die du noch glaubst. Und deshalb sind wir aufgefordert, jeden Gedanken, dem wir Glauben schenken, keinen Glauben mehr schenken, zu schenken. Und deshalb sind wir aufgerufen, jede Reaktion zu überprüfen, damit wir diesen geistigen Phänomenen keine Bedeutung mehr schenken und somit in der Form erhalten bleiben, sondern diese Formebene in sich zusammenschmilzt und wir nur noch Geist erblicken. Jenseits dieser Welt, die wir sehen, gibt es eine Welt des Lichtes. Und dann werden wir nur noch das Licht erkennen. Und dann werden wir uns als dieses Geistlicht erkennen, das wir sind. Und so bekommst du ein besseres Gefühl dafür, wenn dir gesagt wird, dass diese Welt ein Traum ist. Wir können uns immer wieder auf die nächtlichen Träume beziehen, egal was dort geschieht. Wer ist die Ursache? Du. Du als der Träumer. Und die Dinge, die in deinen nächtlichen Träumen geschehen, scheinen sehr echt zu sein. Stimmt's? Manchmal sind wir sehr froh, dass wir aufwachen und bemerken, oh, wow, es war nur ein Traum. Und Jesus ruft dir zu, hey Bruder, hey Schwester, glaube nicht mehr an deine Tagträume. Und so können wir uns zum Beispiel fragen, wenn du morgens erwachst, kannst du dich fragen, bin ich wirklich erwacht oder bin ich immer noch in einem Traum? Täglich grüßt das Murmeltier. Frage dich das mal wirklich. Bin ich jetzt wach oder bin ich in einem Traum? Und dann gib dir die Antwort nicht selbst, sondern lass dir die Antwort geben von deinem inneren Wesen, von deinem inneren Lehrer. Er gibt dir die Antwort. Und stelle immer wieder die Frage, bis du ganz sicher bist, dass du die Antwort erhalten hast. Und diese Antwort, die wird dein ganzes Dasein verändern können, wenn du wirklich erkennst, das ist alles nur ein Traum. Dann findet wirklich Geisteswandel, dann findet wirklich Veränderung statt. Und dann beginnt sich die sogenannte Materie auf eine völlig andere Art und Weise zu zeigen. Dann musst du nicht mehr manipulieren, um irgendwo glücklicher zu sein oder etwas Besonderes haben zu können. Dann wird alles durch den vollkommenen Geist in vollkommener Harmonie erträumt. Und alles dient zu deinem Besten, wie zum Besten aller. Wenn alles zu deinem Besten dient, profitiert die ganze Welt davon, profitiert jedes Lebewesen davon. Und so schau aus dem Geist der Vollständigkeit in diese Welt. Lass dich nicht mehr beirren, dass irgendjemand dich triggern kann, dass irgendjemand dir irgendetwas antun kann, dass irgendetwas gegen dich läuft. Es läuft nichts gegen dich. Es läuft alles für dich. Und wenn du das Gefühl hast, es läuft etwas gegen dich, dann nur deshalb, weil du noch nicht vergeben hast. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, irgendjemand tut etwas gegen dich, dann ist das einfach nur ein Ausdruck des Mangels an Liebe, in dem du dich befindest. Und durch Vergebung werden wir uns der Liebe gewahr. Also ist jeder Mangel, jedes Problem, alles, was wir hier in der Welt als Phänomene wahrnehmen, ein Mangel an Vollständigkeit beziehungsweise Liebe. Und das Ego hat diese trickreiche Erfindung hervorgebracht, dass die Welt dich in Mangel halten kann oder in Krankheit, Leid und Schmerz. Wie geht es dir, wenn du dieses hier hörst? Wie geht es dir wirklich? Kannst du erkennen, dass es die Wahrheit ist? Deine Wahrheit? Kannst du erkennen, dass das, was soeben formuliert wurde, etwas mit dir zu tun hat oder bist du noch im Widerstand damit? Wenn du noch im Widerstand damit bist, dann ist das ganz wunderbar. Das ist kein Problem. Dann vergib dir selbst den Widerstand. Heiliger Geist, nimm du diesen Widerstand gegenüber dem, was hier gerade formuliert wurde. Nimm du meinen Widerstand gegenüber diesem Kurs in Wundern. Und schon wirst du friedlicher. Nimmst dich als geheilter wahr wie vorher. Und so können wir jeden Widerstand gegenüber der Wahrheit oder gegenüber irgendeinem Phänomen, das hier auftaucht, einfach unserem Heiligen Geist geben. Unserem inneren Lehrer, zurück, was bedeutet es denn, wir geben dies dem Heiligen Geist. Es bedeutet doch, dass wir dies zurück in den Geist geben, woraus dieses Phänomen, das wir wahrnehmen, entstanden ist. Das ist es, was wir tun. Wir geben es zurück in den Geist, in die Ursache, damit es keine Wirkungen mehr hervorbringt, sodass wir nur noch die Wirkungen der Liebe erfahren und nicht mehr die Wirkungen der Angst und Begrenzungen und der Sorgen und der Konflikte. So einfach ist das. Und vielleicht bekommst du jetzt ein Gefühl dafür, wenn du die Wahrnehmung noch haben willst, kann es nicht zurückgeführt werden in den Geist, in die Ursache. Es bleibt erhalten. Dein Wille geschehe. Ich habe früher, als ich diese Worte gehört habe, dein Wille geschehe, wurde ich wütend, weil ich der Ansicht war, dass mein Wille überhaupt nicht geschieht. Ich möchte doch glücklich sein. Ich möchte doch im Überfluss leben. Ich möchte doch friedliche Beziehungen haben. Diese Täuschung konnte nur deshalb existieren, weil ich noch meine unbewussten Verhaltens-, Denk- und Überzeugungsmuster noch nicht angeschaut hatte. Ich dachte damals, dass dieses mir von der Welt gegeben wird. Wenn ich denn nur genügend positiv denke oder magische Dinge anwende, die dann irgendetwas manipulieren und dergleichen mehr. Heute weiß ich und deshalb gebe ich dies in Freuden weiter. Mein Wille geschieht bedeutet, ich kann an die Phänomene dieser Welt glauben, ich kann überzeugt sein, dass hier ein Fehler ist, und ich deshalb unglücklich bin oder ich gebe diese Überzeugung auf, sodass sie in den Geist zurückfällt oder wie ein Eis in der Sonne verschmilzt und ich bin friedlich und es wird weiterhin bzw. weitaus besser für mich gesorgt, als ich jemals dachte, dass es möglich ist. Ich gebe mich der göttlichen Vorsorge hin, der Gottesschau, die nur das Beste für mich will. Und irgendwann konnte ich auch die Formulierung im Kurs vollständig akzeptieren, dass Gott wirklich möchte, dass ich glücklich bin. Hey, wenn Gott möchte, dass ich glücklich bin, dann muss ich mich nicht um mein eigenes Glück kümmern. wie hilfreich ist denn das, denn als ich mich noch um mein eigenes Glück kümmern wollte oder musste oder gedacht habe, dass es notwendig ist, dass mein eigenes Glück im Vordergrund steht, ja, ich habe ein ständiges Scheitern diesbezüglich erfahren. Das kennst du auch. Und die heutige Lektion 283 erinnert uns daran, meine wahre Identität weilt in dir. Wir können auch sagen, meine Vollständigkeit weilt in dir. Und immer wenn ich der Welt den Phänomenen, den Dingen Aufmerksamkeit verleihe, fühle ich mich unvollständig. Wenn du willst, höre dir das gerne noch einmal an, sodass es tiefer in dein Herz sinkt und du dies nicht nur auf der mentalen Ebene zu verstehen beginnst, sondern tief in deinem Herzen. Es ist so kostbar, dieses zumindest anzunehmen. Durch dieses Annehmen folgt ein Verstehen jenseits unseres Tellerrandes, jenseits unserer Begrenzungen, jenseits unseres geringen Fassungsvermögens. Durch dieses Verstehen beginnen wir zu begreifen, es ist wirklich wahr, was Jesus mich lehrt, ich tue mir das alles selber an. Und wenn wir das begreifen, dann beginnen wir Schritt für Schritt all die Dinge aufzugeben, die uns scheinbar verletzen. All die Krankheiten aufzugeben, all die Begrenzungen, all die Grabenkriege und den Beziehungsstress. Denn dann wollen wir uns nicht mehr selbst verletzen. Ich bringe hier immer wieder gerne das Bild herein, wir legen unsere Hand auf die heiße Herdplatte und beschuldigen jemand anderen, dass er unsere Hand auf die Herdplatte gehalten hat. So sehr lassen wir uns täuschen vom Ego Denksystem, das natürlich eine Illusion ist und dem wir Energie verleihen durch den Glauben an die Phänomene dieser Welt. Und wir sind aufgefordert, unsere Hand von der Herdplatte zu nehmen. Aber solange ich meine Hand noch auf die Herdplatte halte, solange werde ich Schmerzen erfahren. Und nur du kannst sie herunternehmen. Aber du musst erkennen, dass du sie auf die Herdplatte hältst. Mit jeder Verletzung, mit jedem Schmerz, mit jeder Krankheit, mit jedem Mangeldenken, mit all deinem, was dir erfährt. Du tust es dir selber an, jeden Schmerz und alles, was dir widerfährt. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, offensichtlich. damit es uns wirklich in alle Zellen übergeht und wir endlich verstehen, halt Stopp. Diese Gedanken, diese Emotionen, diese Gefühle, diese Ereignisse, die sich hier immer wieder zeigen, wie in einem ständigen Wiederholungsring, die brauche ich nicht mehr. Ich will sie nicht mehr. Ich möchte mich wirklich für etwas vollkommen anderes entscheiden, so dass ich Frieden im Geist finde. Die Welt kann mir keinen Frieden geben, denn die Welt wurde aus Angst gemacht und deshalb kann sie mir nur Angst und Begrenzung geben. Das ist doch offensichtlich. Die Farbe Schwarz kann mir nur Schwarz geben und die Farbe Blau oder Grün nur Grün. Aber die Farbe Grün sie existiert nur in der Welt gibt und das musst du wissen, weil die Farbe Grün in deinem Geist existiert, sonst würde es keine Farbe Grün geben. Oder die Farbe Blau. Die Farbe Blau würde nicht existieren, wenn du sie nicht träumen würdest. Und da wir einen kollektiven Traum träumen, sind wir alle in der Übereinstimmung die Farbe Blau existiert. Und diese Übereinstimmung praktizieren wir deshalb, um den Traum der Welt weiterhin aufrecht zu erhalten. Und ich habe so ganz und gar den Eindruck, dass es immer mehr Menschen gibt, die diesen Traum nicht mehr unterstützen, die die Farbe Blau beziehungsweise den Konflikt nicht mehr unterstützen und mehr und mehr beginnen zu erwachen in Sanftmut. In Sanftmut erwachen und nicht im Kampf. Und in der Gewissheit, dass wir auch in unserem Erwachen Erwachensprozess, wie er sich für die meisten darstellt, dass dies durch die göttliche Versorgung unterstützt wird und nicht durch unser eigenes Tun. Und deshalb ist unser Job die Hingabe, die Hingabe an die Situationen, in der wir uns befinden. Hingabe bedeutet letztendlich, mit Liebe auf diese Dinge zu schauen, mit Ganzheit, mit Vollkommenheit. Und vielleicht scheint dir dies an dem Punkt, an dem du dich jetzt gerade befindest, schwierig zu sein. Und dann kannst du dir ja sagen, auch wenn ich nicht weiß, wie all dies funktioniert, auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, was hier gesagt oder formuliert wurde, dennoch möchte ich es tun. Ich muss nicht wissen, wie das funktioniert. Wie das funktioniert, wie Erlösung funktioniert und wie Vergebung funktioniert oder wie durch Ganzheit auf diese Situation zu schauen funktioniert, das weiß dein Heiliger Geist, dein innerer Lehrer. Wir brauchen nur in der Bereitschaft zu sein, das bedeutet, wir wollen einen Atemzug zurücktreten. Und schon alleine, wenn wir einen Atemzug zurücktreten, werden wir stiller, wir werden ruhiger und wir können geistig klarer auf die Situation schauen. Meine wahre Identität weilt in dir. Vater, ich habe ein Bild von mir gemacht und dieses nenne ich den Sohn Gottes. Doch ist die Schöpfung wie sie immer war, denn deine Schöpfung ist unveränderbar. Lass mich nicht Götzen anbeten. Ich bin der, den mein Vater liebt. Meine Heiligkeit bleibt das Licht des Himmels und die Liebe Gottes. Ist das nicht sicher, was von dir geliebt wird? Ist das Licht des Himmels nicht unendlich? Ist dein Sohn nicht meine wahre Identität, wenn du alles erschaffen hast, was ist? Und jetzt jetzt wollen wir uns nicht täuschen lassen. Gott hat keine Form erschaffen. Gott hat auch diesen Körper nicht erschaffen, von dem du glaubst, dass du dieser bist. Gott hat keinen Baum erschaffen, keine Sonne, keinen Ozean, keine Hurricanes, Kriege und keine Blumen. Gott ist nur Liebe und daher bist du es auch. Und deshalb konnte Gott kann Gott nur Liebe hervorbringen. Und eben all die Form Ebene, die wir erträumt haben, wurde von uns erträumt. Und das ist die Fehlschöpfung. Und genau an dieser wollen wir uns nicht mehr orientieren. Dieser wollen wir keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Das heißt, wir wollen unsere Gedanken überprüfen, wir wollen Selbsterforschung betreiben und durch diese Selbsterforschung erkennen, dass unsere wahre Identität in der Liebe ist und dass wir in der Liebe vollständig und ganz sind. Jetzt sind wir eins in einer miteinander geteilten Identität mit Gott, unserem Vater, als unserer einzigen Quelle und allem, was erschaffen ist, als Teil von uns. So bieten wir denn allem Segen an, indem wir uns voll Liebe mit der ganzen Welt vereinen, die unsere Vergebung eins mit uns gemacht hat. Und so grüße ich dich, lieber Zuhörer, mit den folgenden Worten. Meine Heiligkeit grüßt deine Heiligkeit. Und hierin sind wir in ewigen Frieden. Danke, dass es genau so ist. Christ. Heiligkeit 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020